Hallo, ich bin Anna Schnellwein, ich komme aus Österreich und bin 19 Jahre alt. Ich bin da für 2,5 Monate, für ein Quater auf der LAPEC und ich mache das Schauspielprogramm. Ich finde die Schule ziemlich cool, vor allem weil alle Kurse, die ich überlege, sind sehr, sehr unterschiedlich. Man macht ganz andere Sachen. Es sind nicht alle Kurse direkt über Schauspielern, sondern ganz viel haben wir mit sich selber zu tun. Man muss sehr viel überlegen. Manchmal nicht so leicht, aber es bringt sich sicher was. Und am Ende bin ich mir sicher, dass man sehr viel selbstbewusster rauskommt. Man weiß viel mehr, was man will im Leben. Und alle Lehrer sind sehr, sehr, sehr nett, genauso wie die Mitschüler, was wirklich cool ist, weil sehr oft muss man sich ziemlich zu Waffen machen auf der Bühne. Und ja, das ist dann natürlich gut, weil es lacht keiner und es macht jeder, deswegen ist das ganz normal. Und es ist richtig cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020